Die Kraft, die eine Ladung im magnetischen oder elektrischen Feld erfährt, wird als Lorentzkraft FL bezeichnet. Während ein elektrisches Feld auf bewegte und unbewegte Ladungen gleichermaßen wirkt, übt ein Magnetfeld die Kraft nur auf bewegte Ladungen aus. So werden bewegte Ladungen im Magnetfeld durch die Lorentzkraft abgelenkt, sodass sich ihre Bewegungsrichtung verändert. Die Lorentzkraft wurde nach dem niederländischen Mathematiker und Physiker Hendrik Anton Lorenz benannt. Unter der Voraussetzung, dass die Bewegung geladener Teilchen senkrecht zur Richtung des Magnetfelds verläuft, kann der Betrag der Lorentzkraft mit der folgenden Formel berechnet werden. Fl ist die Lorentzkraft und wird gemessen in Newton. Puh ist die Gesamtladerung der Teilchen und wird gemessen in Coulomb. V ist die Geschwindigkeit der geladenen Teilchen und wird gemessen in Meter pro Sekunde. Und B ist die magnetische Flussdichte und sie wird gemessen in Newton pro Amperemeter. Die magnetische Flussdichte ist die Flächendichte des magnetischen Flusses, der senkrecht durch ein bestimmtes Flächenelement hindurchtritt. Die Wirkungsrichtung der Lorentzkraft kann mit der Dreifingerregel bestimmt werden. Die Abbildung zeigt erstens die Wirkungsrichtung der Lorentzkraft bei Bewegung positiver Ladungsträger und zweitens die Wirkungsrichtung der Lorentzkraft bei Bewegung negativer Ladungsträger. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Als Lorentzkraft bezeichnet man die Kraft, die auf bewegte Ladungsträger im magnetischen Feld wirkt. Das Symbol für die Lorentzkraft ist Fl und die Einheit ist Newton. Die Wirkungsrichtung der Lorentzkraft kann mit der Dreifingerregel bestimmt werden. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Themen, dann schaut doch in unsere Physik-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter Learning Level Up. Also bis gleich!